Alle wollen alt werden, aber keiner will alt sein. Was Altern genau bedeutet, hat mein heutiger Gast schon mit 19 Jahren sehr intensiv miterlebt. Als seine Oma ein Schlaganfall erleidet, pflegt er sie für mehrere Jahre. Und heute will er das Thema Altern genau dahin bringen, wo es auch wirklich hingehört. Nimm dich mitten ins Leben. Schönen guten Morgen, Martin Frank. Guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich habe es gerade gesagt, du warst 19, als du die Pflege übernommen hast. Heute bist du nicht mehr 19, aber nimm mich doch mal mit in die Zeit, in der das damals alles passiert ist. Wie stelle ich mir das vor? Wie habt ihr gelebt? Wie war das damals? Ich komme vom Bauernhof. Also es war die Bauern, Bauersfamilie. Also es war mein kleiner Bruder, mein Papa. Also meine Eltern waren da schon getrennt. Ich und eben im Austragshaus nennt man das. Also es ist das Haus, wo dann die Großeltern groß werden oder in Ruhestand verbringen. Da waren meine Oma und meine Großtante. Also so waren mal die Gegebenheiten. Und dann war ich 19 und hat meine Oma den Schlaganfall bekommen. Und ich habe in dem Moment eigentlich gar nicht gewusst, was eigentlich genau los ist. Also ich habe das in dem Moment gar nicht so schlimm empfunden, weil ich aber gewusst, okay, meine Oma ist schon ein bisschen älter, irgendwann kommt ja irgendwas. Also es ist bei vielen Leuten so, dass man irgendwas im Alter bekommt. Und deswegen habe ich das gar nicht so realisiert, was da jetzt auf mich zukommen wird. Warst du dabei, als sie den Schlaganfall hatte? Ich war, also in dem Moment nicht. Erst als sie dann, sie lag auf der Couch und konnte halt nicht reden und musste sich übergeben. Und das war erst der Moment, wo ich dazukam. Also in dem Moment, wo das richtig los ging, wo es so verstanden ging, war ich nicht dabei. Aber dann halt bei den Nacherscheinungen, da habe ich gemerkt, okay, mit der Oma stimmt irgendwas nicht. Und waren aber Gott sei Dank, meine Tante war auch da, meine Tantes Krankenschwester, die wusste gleich was zu tun ist und hat gleich den Notarzt gerufen und dann ab ins Krankenhaus. Bei so einem Schlaganfall, ich spreche leider aus eigener Erfahrung, ist es ja immer wichtig, in welchem Zeitraum die Lüse einsetzt. Also ab wann man quasi durchgespült wird. Wie schnell war das bei deiner Oma, weißt du das ungefähr? Ich glaube relativ schnell. Also sie hat irgendwie vormittags geklagt, dass sie nicht so gut ging. Dann ging sie in ihre Wohnung rauf und dann vielleicht so eine Dreiviertelstunde später haben wir sie dann gefunden. Und dann ist sie ins Krankenhaus gekommen, wurde betreut und kam dann irgendwann wieder nach Hause? Genau, sie kam dann nach Hause und ich war auch zu Hause an dem Tag, weil ich habe im Rathaus gelernt, da war ich gerade in der Ausbildung und hatte sehr flexible Arbeitszeiten. Er hatte Gleitzeit und dann habe ich gesagt, ja, ich kann mir das so einrichten, dass ich da bin, wenn die Oma nach Hause kommt. Und dann kam der Rettungswagen, weil die wurde nach Hause gebracht mit dem Rollstuhl, haben mir die Oma mit dem Rollstuhl hergestellt. Und ja, dann war sie da, da muss ich noch kurz was unterschreiben und dann sind die wieder gefahren und ich war dann so, okay. Ja, dann haben wir erst einmal irgendwie ins Haus rein müssen, weil das waren drei so Stufen. Und meine Oma war ganz schön schwer, das hätte ich gar nicht gedacht mit dem Rollstuhl da rauf und ich habe sowas noch nie gemacht. Und dann war es dann, der erste Satz war dann, ja, sie muss so dringend aufs Klo. Und ich war dann so, ja, geh doch. Danke, aufs Klo. Aber das konnte sie nicht mehr und das waren wir einfach in dem Moment, also ich habe an das alles nicht gedacht in dem Moment. Also die Oma kam nach Hause und dann haben wir gedacht, das geht alles wieder so weiter. Also schon mit Einschränkungen, so schlau war ich schon, aber dass irgendwie gar nichts mehr geht, das war mir nicht bewusst. Und du und ihr wurdet auch nicht darauf vorbereitet im Krankenhaus? Da hat niemand gesagt, so ihr müsst jetzt mal die Wohnung behindertengerecht machen oder so? Also nicht, dass ich wüsste, also sie wurde uns einfach angeliefert und dann, jetzt schaut mal, wie er weiterkommt. Das ist ein Paket. Ja, aber das Gute war eben, dass meine Tante Krankenschwester war und sie ungefähr wusste, wie wir uns jetzt einrichten müssen. Und dann sind wir auch relativ schnell ins Sanitätshaus gefahren und diese ganzen Bürokratie, Irrsinn da mit Pflegestufe und alles und Pflegedienst. Und da hat man schon Unterstützung gehabt, also alleine hätten wir das ja nie geschafft. Du bist dann derjenige aus der Familie geworden, der sie gepflegt hat. Wie ist die Wahl auf dich gefallen? Du warst 19. Also grundsätzlich war es mir so, es musste jemand sein, der vor Ort lebt. Und da waren nur mein Papa, mein kleiner Bruder und ich. Also meine Großtante, die fiel schon raus, weil die war einfach zwei Jahre jünger als meine Oma, die war auch schon 80 und hatte schon Alzheimer. Das ist die Schwester deiner Oma? Genau, die Schwester meiner Oma. Also die kam schon mal nicht in Frage, mein Papa kam irgendwie nicht in Frage, weil der hat irgendwie von Anfang an gesagt, er schafft das nicht. Emotional oder zeitlich oder körperlich? Ich glaube eher emotional. Ich glaube, er hat das emotional nicht geschafft, dass er mit seiner Mama irgendwie aufs Klo geht, dass er sie wäscht und so. Und mein kleiner Bruder war derjenige, der einfach das größte landwirtschaftliche Talent war zu Hause und war weiter weg von der Arbeit. Und ich war der, der das wenigste landwirtschaftliche Talent war. Also ich war der, auf den man in der Landwirtschaft ein bisschen verzichten konnte und der den flexibelsten Job hatte. Und deswegen ist die Wahl mehr oder weniger dann auf mich gefallen. Aber ich habe das gar nicht in dem Moment so als Entscheidung oder als, oh krass, wieso muss ich das jetzt machen, sondern ich war einfach so, ich mache das jetzt. Weil ich war irgendwie für meine Oma irgendwie so verantwortlich gefühlt, weil wir als Kind sehr viel bei meiner Oma waren und von ihr und meiner Großtante mehr oder weniger auch großgezogen wurden. Und deswegen war das für mich irgendwie ein Anliegen, das zu machen. Also hattest du, hattest du so ein Pflichtgefühl? Irgendwie schon, ja. Also ich habe irgendwie, aber ich habe das nicht als Pflicht empfunden, sondern ich habe es irgendwie gern gemacht. Also ich habe nie so, ich hatte nie den Moment, wo ich so, ach, jetzt muss ich das machen, warum ich? Also das habe ich nie gehabt. Und also mich interessiert wirklich die Diskussion auch, wenn dein, wenn dein Vater sagt, ich kann das irgendwie nicht. So was, wie hast du dich ihm gegenüber gefühlt? Es gab da keine Diskussion. Also ich glaube, da schlug sehr diese bayerische oder niederbayerische Mentalität durch. Es war einfach gesagt, okay und das ist jetzt so und also es wurde nicht hinterfragt, warum er das nicht machen konnte, sondern die Wahl war einfach auf mich gefallen und es wurde von niemandem, von mir auch nicht hinterfragt, sondern einfach gemacht. Ja, du hast einfach gemacht. Und hattest du dann das Gefühl, ich habe jetzt eine besondere Verantwortung? Ja, vor allem ich hatte dann am Anfang Angst, weil einfach überhaupt kein medizinisches Know-how hatte, sondern ich habe einfach irgendwie gemacht, wie ich, wie ich meinte. Ich habe zwar schon die Unterstützung vom Pflegedienst gehabt, die hat medizinisch sich total auskennen, aber das Problem war immer, der Pflegedienst war zweimal, manchmal sogar dreimal am Tag kurz da und hat meine Oma dann kurz versorgt, irgendwie medizinisch oder hat sie auch kurz mal gewaschen und dann haben sie sie ins Bett gelegt und dann, wenn die weg waren, dann hat sie immer mir geschrien. Dann habe ich gesagt, Oma, was ist denn jetzt? Also jetzt war da gerade der Pflegedienst da, ja, ich muss aufs Klo, ich muss aufs Klo. So, ja, warum bist du neben dem Pflegedienst gegangen? Dann hat sie mir gesagt, ja, mit dir ist es mir lieber. Und dann war immer so, ah, dann kann ich natürlich auch nicht mehr Nein sagen, weil das war dann irgendwie wie so ein kleines Kind, das, so ein kleines, hilfloses Kind, um das ich mich irgendwie kümmern musste. Und ich war manchmal sogar wie so ein bisschen so ein Helikoptervater, glaube ich, sagt man heute, weil wir waren dann immer so ein Team einfach, wo ich gar nicht mehr wollte, dass jemand hineingrätscht. Okay, also von dem anfänglichen, ich muss mich arrangieren, war zu, das ist jetzt, das ist mein Kind jetzt, ich kümmere mich jetzt darum. Kind ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben gesagt, aber ich habe mich zumindest so wahnsinnig wie ein Erziehungsberechtigter gefühlt. Weil, wenn man jeden Tag zusammen ist, man, ich habe die Oma jeden Tag aus dem Bett geholt, habe sie jeden Tag aufs Klo gebracht, habe ihr Essen gemacht. Also es war irgendwann einfach, die Situation hat sich irgendwie so ergeben. Wie sieht so ein Alltag aus, wenn man auf einmal einen pflegebedürftigen Angehörigen hat? Beschreib uns das mal bitte. Es dreht sich alles um diese Person. Also irgendwann waren es dann die beiden Personen, die zwei Schwestern. Und also meine Oma hat oben gewohnt und wir haben sie dann nach unten verfrachtet, ins Erdgeschoss, wo meine Großtante war, dass wir nicht immer diese Distanz hatten. Und dass einfach alles ein bisschen kompakter war. Ich bin morgens aufgestanden und habe mich noch nicht angezogen, sondern mein erster Gang war vom Bett raus rüber zur Oma, weil die meistens schon wach waren und auf die Toilette musste. Sie hatte zwar eine Windel an, aber wollte sie nicht, was ich auch verstehen kann. Ich war als erwachsener Mensch, der vom Geist her noch total da ist, aber der Körper funktioniert nicht mehr, hat einfach keine Lust in eine Windel zu machen. Also das habe ich total verstanden. Und dann war eben der erste Gang zur Oma auf die Toilette und dann an den Tisch gefahren. Dann kam meine Großtante schon. Obwohl sie Demenz hatte, konnte sie so ihre alltägliche Aufgaben, konnte sie noch machen, also so ein bisschen Frühstück machen und so. Dann hat sie schon den Kaffee gemacht, dann habe ich die Oma hingeschoben an den Tisch, dann haben die beiden gefrühstückt. Dann bin ich auch, habe mich angezogen, habe ich auch gefrühstückt und dann, bevor ich in die Arbeit bin, habe ich sie auf ihre Couch gelegt, weil das war immer ihr Lieblingsplatz. Auf der Couch, da konnte sie immer aus dem Fenster schauen und was im Dorf so los ist, weil wir hatten eine sehr coole, also wir haben eine sehr coole Lage im Dorf. Wir sehen immer, also wir sind immer nicht in irgendeiner Einöde, sondern mit in der Marktgemeinde und wissen, okay, was ist gerade los. Also hatte sie so ein bisschen einen Blick auf das Leben, was passiert und war nicht ganz abgeschieden? Genau. Und dann gehe ich zur Arbeit und dann mittags kam ich dann wieder nach Hause und dann wieder Oma raus, wieder aufs Klo und dann so und so. Und so ging es eigentlich den ganzen Tag dahin, also mein erster Gang war immer zur Oma, vor, nach und während der Arbeit. Mochten die beiden sich oder haben die dann auch immer aneinander vorbeikommuniziert? Nein, nein, die beiden waren wirklich ein Herz und eine Seele, weil die waren schon seit, es ist immer schon zusammen, die haben gemeinsam den Krieg erlebt, die hatten, mein Opa ist gestorben, war meine Großtante da, also die waren immer ein Herz und eine Seele. Und dadurch, dass meine Großtante Demenz hatte, war sie, wie soll ich das erklären, der ausführende Körper meiner Oma. Also meine Oma war total noch hell im Kopf und nur körperlich ging es nicht mehr, bei meiner Tante war es anders rum, bei der Großtante, die war im Kopf nicht mehr da, aber der Körper hat total funktioniert. Und meine Oma hat dann immer gesagt, du, Anni, mach mal das, mach mal das, jetzt bringst du mir das, jetzt bringst du mir das. Mein Tante ist immer einfach gegangen, einfach wie Roboter, also die haben sie irgendwo schon auch schön ergänzt und ja, genau. Okay, also die haben sich, die haben sich gut vertragen? Ja, sehr gut. Also haben immer auch gestritten natürlich, wie sie Geschwister machen und ich habe den Eindruck gehabt, je älter sie wurden und je pflegebedürftiger sie wurden, umso mehr haben sie sich wieder zu einem Kind zurückentwickelt. Ich habe das irgendwie so faszinierend gefunden, weil man kommt ja total unbeholfen auf die Welt und meistens oder oft geht man auch wieder total unbeholfen. Und kann nichts machen und genau so war es da auch. Ich erinnere mich, als ich das erste Mal meinen Vater auf die Toilette gesetzt habe, so, wie war das für dich? Schwierig, aber ich glaube, es war für meine Oma schwieriger als für mich, weil meine Oma war ein sehr, sehr katholischer Mensch, sehr, sehr, ich glaube auch sehr, sehr keusch gelebt nach dem Tod von meinem Opa und war einfach wahnsinnig verklemmt, glaube ich. Und ihr war es unangenehm, dass ich plötzlich alles von ihr sehen kann. Also ich habe versucht, in dem Moment nichts zu hinterfragen, nichts zu bewerten oder so, sondern es war einfach, ich muss, also wir müssen jetzt aufs Klo, das müssen wir jetzt irgendwie hinter uns bringen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, in dem Moment irgendwie nichts zu bewerten oder dem Pflegenden einfach ein gutes Gefühl zu geben. Also für mich war es natürlich auch nicht einfach, ich war 19, also mit 19 mit der Oma aufs Klo gehen und dann stinkt es oder was weiß ich was, ist jetzt auch nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Und vor allem, ich wollte halt immer, ich habe immer zu meinen Eltern gesagt, wenn ich mal 18 bin oder so, ich würde gerne zum Bund gehen. Ich will keinen Zivildienst machen, ich will irgendwie zum Bund gehen, ich will mir durch den Schlamm wälzen, ich will mir anschreien lassen, weil ich hatte immer, glaube ich, so ein, ja, ich glaube, mein Papa hat mir immer nicht so die Männlichkeit zugetraut oder er hätte gerne gewollt, dass ich männlicher wäre und das wollte mir irgendwie durch den Bund vielleicht beweisen. Und dann habe ich gesagt, ich gehe nicht mit alten Menschen aufs Klo und dann ein Jahr später hat die Oma einen Schlaganfall und dann musste ich doch mein Zivi machen. Gab es denn so Momente, an denen du das Gefühl hattest, ich kann nicht mehr? Bist du irgendwann auch an Grenzen gestoßen und frustriert gewesen? Nicht bewusst. Also ich habe irgendwann so eine ganz krasse Neurodermitis bekommen und habe erst gedacht, okay, das ist jetzt von den ganzen Desinfektionsmitteln, mit denen man hantiert, meine Haut verträgt das halt nicht. Aber es ging nicht weg, es ging nicht weg und erst, als meine Oma dann gestorben war und auch meine Großtante gestorben war, ging das plötzlich weg. Und dann habe ich so gewusst, okay, krass, also es hat mich doch ein bisschen stärker mitgenommen oder zu dem Zeitpunkt belastet, als ich das wahrgenommen habe oder als ich gedacht habe. Und es gab immer Tage, wo man mal, wo jeder mal einen schlechten Tag hat, auch die Oma oder die Großtante hat einen schlechten Tag und haben mich dann halt auch blöd angemacht oder geschimpft oder geschrien, weil sie halt auch einfach mit ihrer Situation sehr gefrustet waren und haben das natürlich dann auch irgendwie an jemanden auslassen müssen und genauso war es bei mir auch manchmal. Ich habe auch meine Oma manchmal ein bisschen wahrscheinlich zu grob angefasst, weil ich einfach sauer war, dass sie mich jetzt anpumpt oder so oder dass ich jetzt schon wieder da sein muss. Gab es auch, also ich kann mich erinnern, einmal hat meine Großtante wieder so hundertmal in fünf Minuten das Gleiche gefragt. Und mein Onkel war einfach mit der Situation überfordert und musste raus und hat so die Tür zugeschlagen, dass die Scheibe zersprungen ist und musste erst mal aufs Rad und sich das raustreten. Also weil das ist einfach, es sind emotional oft schon grenzwertige Situationen. Aber welche Strategien hast du entwickelt, um selber ein bisschen Entlastung zu finden? Ich glaube in der Kunst oder in meinem Hobby mit dem Kabarett. Ich glaube, dadurch, dass ich dann immer nebenbei auf die Bühne gehen konnte, war das mein Ausgleich. Es gibt diese schöne Geschichte, da hast du das erste Mal gesehen, ach so, ich bin gar nicht der Einzige, der meine Angehörigen pflegt. Ja. Erzähl mir das mal, wie war das? Also wie es damals war, wir hatten da so einen Krankengottesdienst von der Pfarrei und ich wollte da meine Oma und Großtante hinbringen, weil sie wollten irgendwie nicht mehr raus aus der Wohnung. Und man dachte, die müssen jetzt mal wieder raus, also die müssen jetzt wieder mal unter Gleichaltrige kommen oder so oder irgendwie mal Kontakt zur Außenwelt. Und dann habe ich sie da hingekannt mit meinem Fiat Punto, das war eh ein Drama, bis ich da alles im Auto hatte mit dem Rollstuhl und so. Und dann bin ich da mit meiner Oma rein und mit meiner Großtante und dann habe ich so gesehen, okay krass, der Raum war voll mit älteren Menschen, die auch pflegebedürftig waren, zum Teil im Rollstuhl, zum Teil im Pflegebett wurden die reingefahren und da waren die Angehörigen da und jetzt muss ich gleich fast ein bisschen weinen, aber dann habe ich gemerkt, okay, ich bin nicht allein. Also es gibt, obwohl man sich gegenseitig nicht helfen kann, aber schon alleine, dass ich wusste, okay, einfach im Haus weiter ist auch jemand, der das gleiche Schicksal hat, habe irgendwie dann so viel Kraft gegeben wieder für die nächste Zeit, dass das irgendwie weiterging. Also es war schon gut und jetzt auch, als das Buch rauskam, also es sind so viele Leute, die zu mir nach der Vorstellung herkommen und sagen, es hat ihnen so gut getan, weil bei denen war es genauso, die sind gerade in dieser Situation und ja, also ich glaube, wenn man merkt, dass man nicht alleine ist, das hilft schon viel. Was mich interessieren würde, wie hat sich denn das Verhältnis zwischen dir und deiner Oma geändert, noch bevor sie gestorben ist? Es ist sehr, sehr intensiv geworden, weil erst war meine Oma die Person, zu der ich gar nicht so den emotionalen Kontakt hatte, sonst war eher meine Großtante, weil meine Großtante irgendwie uns alles erlaubt hat als Kind und deswegen war da mehr Bezug da und durch die Pflegejahre war ich so eng an meiner Oma und sie hat immer so ein bisschen mein Hobby damals noch, die Bühne oder das Kabarett-Dasein oder überhaupt das Komedianten-Dasein immer nicht verurteilt, aber sie wollte, dass ich damit aufhöre. Also sie, das war ihr, keine Ahnung, ich glaube, weil das einfach auf dem Bauernhof in Niederbayern kein Beruf ist. Und sie hatte wahrscheinlich einfach Angst, dass sie verhungern würde oder keine Ahnung, dass ich mich blamieren könnte oder so. Das ist immer die größte Sorge von meiner Oma gewesen, was könnten die anderen Leute sagen oder was können die anderen Leute von uns denken. Also auch von euch als Gesamtfamilie? Genau, genau. Es ist fast wie bei so einer Mafia-Familie ein bisschen, bring keine Schande über die Familie oder so. Aber ja, und dann habe ich einfach gewusst, okay, so wie ich lebe oder so, meine Leidenschaft, das taugt meiner Oma nicht. Und irgendwie war ich natürlich traurig darüber, aber ich habe das irgendwie auch nicht hinterfragt, sondern habe versucht, das zu verstehen. Und dann, das war ein paar Tage bevor sie dann gestorben ist, da hatte ich Premiere mit einem Kabre-Programm und die Kritik war in der Zeitung. Und ich habe nur schnell die Überschrift gelesen und habe gesagt, okay, das ist positiv, habe niemanden blamiert, alles gut. Und dann saß meine Oma da und hat einfach, und da war sie halt schon total schwach. Also sie saß irgendwie so da, konnte nichts mehr bewegen und ihre Stimme war auch ganz, ganz heißer schon. Und dann hat sie einfach von jetzt auf gleich gesagt, dass sie stolz auf mich ist. Und ich habe in dem Moment gar nicht gewusst, wie ich damit umgehen soll, weil das war für mich so wie so ein Geschenk, wo ich nie gedacht hätte, dass es mal kommt. Aber plötzlich war das da. Und jetzt ist es schon so viele Jahre her, weil es so viel bedeutet, dass ich immer noch ein bisschen weinen muss. Aber ja, also es war irgendwie so, wie so eine Lösung jetzt nicht, aber es war einfach so, okay, es passt so, wie es ist. Genau. Und dann ist sie kurz aufgestorben? Ich glaube, eine Woche später. Wenn du jetzt auf die Zeit zurückguckst, auch für dich als pflegender Angehöriger, was würdest du dir für die Gesellschaft wünschen? Was nimmst du mit aus dieser Zeit? Was muss besser werden, damit wir nicht das Gefühl haben, wir sind alleine damit? Also ich finde, das Thema Pflege muss viel offener kommuniziert werden, glaube ich. Also auch die Geschichten in der Familie müssen offener kommuniziert werden und auch schon, glaube ich, bei denen schon ganz, ganz jung anzufangen. Ich glaube, wenn ich mit 19 schon gewusst hätte, okay, wir leben nicht, also mit 19 oder als Kind schon gewusst hätte, okay, es geht nicht immer so fit. Wir leben, sind wir nicht immer so fit, sondern eben, es kommt eine Zeit, da sind wir schwach, da brauchen wir Hilfe. Ich glaube, das ist dann schon, ändert so, oder da entwickelt sich dann so ein Mindset irgendwie, dass man weiß, okay, da kann was kommen und man ist irgendwie gefasst da drauf. Das würde man vielleicht als Kind schon oder in den Schulen vielleicht schon wünschen, dass man einfach sagt, okay, pass mal auf. Oder vielleicht, wir gehen mal in ein Pflegeheim, wir schauen uns das mal an, dass man irgendwie diese, die Angst, die Berührungsangst verliert. Und auf der anderen Seite, aber ich bin leider kein Politiker, ich bin auch kein Experte, aber ich glaube, es wird immer noch von der Politik und davon, das ist so unterschätzt, das Thema. Weil die Leute werden immer älter, es kommen immer weniger Junge nach und die meisten Familien sind auf sich allein gestellt, weil man sich einfach kein Pflegeheim leisten kann. Und ich glaube, es muss mehr in den Familien geholfen werden und man muss aktiv vielleicht auf die Familien auch zugehen, weil viele Leute haben natürlich Hemmungen oder haben Angst vor der Bürokratie oder sehen sich da total überfordert. Also irgendwie, das muss ich mal ganz blöd gesagt, idiotenfreundlicher werden oder kindgerechter. Bei dem meisten, was du heute gesagt hast, stimme ich dir zu, wo ich dir widerspreche, ist, du bist ein Experte, ein absoluter Experte. Du hast dich vier Jahre um beide gekümmert und hast jetzt die Gabe darüber zu sprechen, sodass du Leute berührst und denen die Angst nimmt. Und deswegen vielen, vielen Dank, dass du das tust, dass du deine Geschichte heute mit mir geteilt hast, mit uns geteilt hast. Vielen Dank Ihnen allen, dass Sie heute Morgen eingeschaltet haben. Seien Sie nächstes Mal auch dabei, hier bei SoGesehen Talk am Sonntag in Sat.1. Ich freue mich auf Sie. Bis dann. Schönen Sonntag. Tschüss.